Ich bin der Konstantin und ich spiele bei Webty Blau-Weiß-Lins und zeige Rassismus für die Rote Karte. Ich bin Edi, ich spiele bei Blau-Weiß und bin gegen Rassismus. Ich bin Adel, ich spiele bei Blau-Weiß-Lins und bin gegen Rassismus. Ich bin Sarah Koba, ich spiele bei US-Blau-Weiß-Lins und zeige Rassismus für die Rote Karte. Ich heiße Amanda Ferdovic, ich bin Spieler von FC Blau-Weiß-Lins und ich bin gegen Rassismus. Ich heiße Jan Wintersberger, ich spiele bei U11 und bin gegen Rassismus. Ich heiße Jan Wintersberger, ich spiele bei Blau-Weiß-Lins und ich bin gegen Rassismus. Ich heiße Armin, ich bin Spieler bei Blau-Weiß-Lins und bin gegen Rassismus. Ich bin Stefan Scholtz und ich spiele bei Blau Weiß und zeige Rassismus-Die-Rote-Karte. Ich bin Merck und ich-Spieler bei Blau Weiß und zeige Rassismus-Die-Rote-Karte. Ich bin Maxi, ich bin ein Spieler bei Blau Weiß und zeige Rassismus-Die-Rote-Karte. Ich bin Clire Nurse Ballender mit Paul-Weiß und zeige Rassismus-Die-Rote-Karte. Ich bin Christian Kirchberger und er ist der Spieler von der Region. Ich bin ein Spieler von城 B. Blau Weiß und Zeigrein und Zeige Rote-Karte. Ich bin Taylor und ich spiele bei FC Blau-Weiß-Linz und ich spiele gegen Rassismus die rote Karte. Ich bin Florian Adlinger und ich spiele bei FC Blau-Weiß-Linz und ich spiele gegen Rassismus die rote Karte. Ich bin der Buki, Trainer bei Blau-Weiß-Linz, zeige Rassismus, die rote Karte. Ich bin der Aron, ich spiele Blau-Weiß-Linz gegen Rassismus. Ich bin der Kenia, ich spiele Weiß gegen Blau-Weiß-Linz und zeige Rassismus, die rote Karte. Ich bin Luca, ich spiele Weiß gegen Rassismus. Ich bin Mil, Trainer bei echten Blau-Weiß-Linz, zeige die roten Karten gegen Rassismus.